Herzlich Willkommen an New Optifine Version, ja da, so wir spielen wieder Minecraft, yay, 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 so, ja, nicht wieder den Plan vergessen, jawohl, so, ich weiß meinen Plan wieder, und zwar, ähm, äh, was ist das, was es quasi sieht, wir bauen jetzt erstmal eine fette Schmiedeanlage, und, gucken mal, was hab ich denn da, was hab ich denn da, das Inventar, hier haben wir Marmor, nehmen wir mal mit, so, klöps, ähm, weg, 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 äh, brauchen wir Kürbis und Melonen, hier kommt hier rein, was ist das, das Brot, brauch ich nicht, so, der ist leer, und zwar, werden wir, ähm, das kann man hier rein, das, keine Ahnung, was ist das, warum hab ich eine Lore dabei, äh, kommt man hier rein, so, wie viel Kohle haben wir, haben wir eigentlich genügt, dann nehmen wir uns Quazit, 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 den Ofen, ähm, nehmen wir uns hier mal die Gabro-Steine, nochmal Quazit, nochmal Quazit, so, dann, packen wir mal ganz kurz hier das Zeug rein, und bauen uns noch einen Ofen, äh, ja, bau den aber aus dem richtigen Stein, jawohl, danke, nicht eh, sehr nett, so, dann knallen wir hier den nochmal ran, wenn, dann brennen wir auch gleich mal den Quazit für, alles klar, war schon richtig, muss mal brennen, so, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 8, 8, 8, so, hopps, 4, hopps, und, du kommst hier rein, so, dann heizen wir den mal fix ein, jawohl, hab ich nicht, nicht verzählt, hopps, und, hopps, ach nö, die Sonne geht unter, dann haben wir nur eine Steinachst, ähm, haben wir hier noch eine Axt, zufällig, eine Holzachst, komm, die verschwinden wir auch, wir haben viel zu wenig Holz, deswegen, ups, Alter, wenn wir mal, ein bisschen Holz hacken gehen, plöps, ähm, eine Pfanne, ein Topf, was ist das, Stechzirkel, hier sind die Ketten, was ist das, Eisen, Haltering, Gott, so, das brauchen wir, Alter, so, futtermäßig, nehmen wir uns mal, ein bisschen Brot mit, ja, nehmen wir uns Kartoffeln, äh, dann werde ich jetzt, ein bisschen Holz hacken gehen, oh, die haben sie schön, oh, der Sonnenuntergang, sehr schön, ähm, das könnten wir noch mal, das noch mal, keine Ahnung, dann bauen wir hier, den Weg nach unten, und, ja, da weiß ich noch nicht, was, also, ich weiß schon, was da hinkommt, aber da fangen wir noch lange nicht an, da brauchen wir noch Erde, da brauchen wir alles mögliche, aber jetzt schlafe ich erstmal, jetzt gehe ich erstmal Holz hacken, damit wir unsere Holzkiste mal füllen können, lass mich schlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen, äh, lass mich rein, hm, was haben wir hier noch, eine Karte, Aha, sehr schön, weg, ähm, Papier, ja, warum auch nicht, okay, na, so, gehen wir schlafen, oh, guten Morgen, na, ähm, hier, ah, doch, da hinten habe ich was kaputt gemacht, so, hops, block, so, dann, gehen wir mal ein bisschen, Holzfarm, hops, 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 und hoppeli, hopp, 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 Verbrauchen wir erstmal hier die Werkzeuge. Eine Ente. So, und was ich nämlich dann vorhabe, ist was ganz was Tolles. Nämlich bauen wir dann auch endlich mal unser Häuschen fertig. Ähm, auch mit einem Dach und so. Also das bauen wir jetzt dann in den nächsten paar Folgen, wenn wir das fertigstellen. Und danach beginnen wir mal mit, ähm, ja, Schafe und so, um die Mütze mal heranzuholen. Damit wir die Tiere auch endlich mal haben. Ähm, nebenbei probieren wir, müssten wir wahrscheinlich auch ab und zu mal minen gehen. Vielleicht. Wahrscheinlich brauchen wir wieder Quazit. Und da sammeln wir auch gleichzeitig Marmor mit. Dass wir auch dann unsere Minenschacht fertigstellen können. Da. Plops und du. Hier, hier, das holt's nicht mehr natürlich auch mit. Und Stufen möchte ich steigen. Bis Level 30 ungefähr. So, jetzt der, jawohl. Ähm, ab Level 30, äh, kann ich dann endlich wieder eine ordentliche Diamantspitzhacke bauen. So. Ähm, die wird dann ordentlich verzaubert. Außerdem möchte ich eine Schmiede bauen, also ein Schmiedegebäude. Das kommt dann wahrscheinlich zu den Stellen. Also, ich hab da jetzt eine ganze Menge vor. Mal gucken, wie das dann wird. Und, wie das ist, ist die dann gleich weg. Was ist denn du hier? Komischer Baum. So, hopps. Das war's schon. Sehr komischer Baum. Hopp, hopp, hopp. Ist das hier anders als nicht? Ich glaub, das ist dasselbe. Ähm. Dann irgendwas war noch. Außerdem werden wir dann, also, irgendwann mal richtig auf Erkundungstour gehen. Also, länger. Da werden wir uns richtig viel Nahrung, richtig viel Nahrung mitnehmen. Und, mal gucken. Ich möchte jetzt unbedingt ein Dorf finden. Denn da ist auch eine Mod installiert, die irgendwas mit den Dörfern gemacht hat. Und, ich möchte, ähm, ein Kirschwald finden. Ein Kirschbaumwald. Da singt der Chor. Denn bei so einem Kirschbaumwald gibt's Kirschbaumholz. Dann nehmen wir uns hier noch ein paar Fichten mit. Und, da ist noch eine Fichte. So. Hopp, hopp, hopp. In den Dschungel möchte ich auch finden. Denn ich will, ich, äh, besser gesagt, ich brauche Dschungelholz. Also, ich will ein, ähm, ja, schönes Holz, sag ich jetzt mal. Was haben wir denn hier? Moment. Wood. Ups. Hier sowas. Jungle Wood. Ähm. Ja, doch. Was cool ist. Wood Planks. Das sieht. Rater Wood. Oh, mein Gott. Jetzt viel zu viele Holzsorten. Ähm. Hopp, hopp, hopp. Ähm. Ja. Denn daraus werden wir uns auch was Tolles bauen. Außer im Kirschchenholz und Dschungelholz. Also, ich habe jetzt so zwei, drei Bauprojekte, die ich noch nicht angefangen habe. Aber, die ich noch verwirklichen möchte. Äh. Moment. Wollen wir hier hoch? Wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Äh. Äh. Nein, ich glaube, in die Richtung muss ich gehen. Da ist dieser Wald. So. So. Hopps. Machen wir kurz da hoch. Wo ist unsere Bude? Da ist der Fluss. Dann ist unsere Bude da drüben. Oh Gott. Was ist denn das schon wieder? Äh. Ne. Wo ist unsere Bude? Ah. Warte mal. Hier sind die Bäume. Dann. Dann. Nehmen wir uns den Baum hier noch mit. Der versperrt uns die Sicht. Hm. Ähm. Okay. Moment. Wenn da hinten Bäume sind, dann kann da nicht unsere Bude sein. Shit. Äh. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Jetzt habe ich echt die komplette Orientierung verloren. Ah. Ach du Scheiße. Wo ist unser Haus? Ah. Wo? Ah. Da waren wir doch schon. Scheiße. Ach. Ach nö. Ah. Das kommt davon. Wenn man die ganze Zeit labert und nur gerade ausgeht. Dann müsste ich. Ah. Und dann. Moment. Ach. Mann. So. Alles klar. Wir sind hier ein bisschen durch den Wald hier durchgegangen. Dann müsste da hinten jetzt gleich wieder der andere Wald anfangen. Ich möchte jetzt nicht in die Koordinaten gucken. Och Gott. Mukus. Shit. Na gut. Es geht die Methode des Sterbens und dann, dass mir der Grabstein angezeigt wird. Aber da hinten ist wieder eine Fichte und das stimmt mich irgendwie glücklich. Aber hier waren wir noch nicht. Glaube ich. Ach Gott. Wo sind wir? Moment. Das kommt mir jetzt auch ein bisschen bekannt vor. Hm. 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 Ach du Schande. Okay. Aber da hinten ist Schnee. Das ist gut. Schnee ist gut. Oh. Leggy legs. Ach. Kacke. Was ist das für ein Wald? Shit. Wir sind ja auf jeden Fall völlig falsch. Also ich glaube, wenn der Mond hier untergeht, dann muss ich entweder in diese Richtung oder in diese Richtung. Wenn man sich in Minecraft an sowas hat. Nee, der Mond geht da auf. Dann ändert sich es aber trotzdem nichts. Da drüben ist Licht. Und da unten ist Lava. Ja. Aber das ist dann nicht diese Richtung? Also ich... Hier glaube ich war ich noch nicht. Auch wenn da Licht ist. Das sind zwei Hexen. Oh. Okay. Ah. 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 Geht. Mir vom Leib. Scheiße. Ich habe mich verlaufen. Ach, das darf nicht wahr sein. Ach nö. Ich wollte doch nur Holz hacken gehen. Warum? Wieso? Wieso? Ich habe auch nichts mehr zu futtern dabei. Weil es muss da drüben sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es muss da drüben sein. Ja, hungrig. Vielleicht sterben wir jetzt dann auch und dann spawnen wir sowieso wieder daheim. Und dann müssen wir nochmal Holz hacken gehen. Aber das ist ein völlig falscher Wald hier. Ah. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich habe keinen Bock zu sterben. Auf gar keinen... Ne. Das ist hier falsch. Hier war ich nicht. Ich habe noch irgendetwas zum Futter. Nein. Oh. Hm. 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 Hä? Das sieht hier ein bisschen aus, als wäre hier was gebaut. Moment. Jetzt ist mein Forschungsdrang doch wieder da. Das ist doch hier gebaut, oder? Hier so ein Aquädukt, oder? Ist doch das... Okay, Forschungsdrang. Also, irgendeine alte Zivilisation, wahrscheinlich die Zombies. Ähm, dass sie nicht verdursten, haben sich hier ein bisschen das Wasser rumgeleitet. Und das hier sah mir ein bisschen wie ein Eingang aus. Nein, da läuft noch Wasser raus. Alles klar. Auf jeden Fall markieren. So. Alles klar. Bis. Ich bin jetzt sowieso gleich tot. Am verhungern. Ich kann Zombiefleisch essen. Ich habe gelernt, dass wenn man Zombiefleisch mit... Salz... verbindet, was wir da haben... Ähm, kommt normales Fleisch raus. Alright, testen. Wie viel Salz haben wir? Drei... Drei... Die Schnauze hier. Ja, geh mal weg. So. Das und das... Und... So. 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 Schade, geht nicht. Mist. Ich brauche was zum Essen. Ich brauche was zum Essen. So. 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 Ich muss mich hier dafür töten, damit ich wenigstens so ein bisschen Nahrung bekomme. Och, Mann. Übrigens, ich habe mich verlaufen. Ich gibst du. Das war nichts anderes klug von mir, was ich getan habe. Ich gibst dir zu. Aber, was soll ich machen? Ich bin allzeiten gegangen und war dann auf einmal woanders. Was passiert nun mal? Was soll ich tun? Ich bin hier völlig falsch. Ich bin hier völlig falsch. Ihr seht nichts. Ich sehe fast nichts. Ah. Verdammt nochmal. Das muss doch hier jetzt irgendwo doch mal sein. Manchmal noch drei Herzchen. Also, es dauert nicht mehr lange und bin ich tot. Also, keine Sorge. Dann sind wir wieder zu Hause. Ach. Ich fange einfach ein neues Lieben an. Die Tant als Kuh. Jetzt sind wir hier schon wieder bei so einem Wald. Wie? Aber jetzt sehen wir mehr. Ja. Ich überlebe das. Ich werde das überleben. So. Und zwar. Wenn ich hier durch bin. Wenn ich diesen Berg erklommen habe, habe ich wieder einen Anhaltspunkt. Ich meine, das Problem ist, bekommt ihr alles so extrem bekannt vor. Ja, aber das ist der falsche Wald. Ich muss... Das ist auch der falsche... Alter. Ja. Ja. Ich wollte nur kurz Holzsacken gehen, damit ich anfangen kann mit meinem Haus. Mir wollte ich doch gar nicht. Ach man, Leute. Dolzei? Ich bleibe jetzt mal hier und im Fluss. Ich glaube, das war gar keine so schlechte Idee, an dem Fluss zu bleiben. Da drüben. Da drüben. Hopp. 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 Lass mich durch. Hopp. Hopp. Ist das mein Anhaltspunkt? Ist das mein Anhaltspunkt? Wir sind schon mal wieder bei den richtigen Bäumen. So. Ich bin da rein. Der arme Holzfäller hat sich im Wald verlaufen, irrte eine gesamte Nacht im Wald umher, wurde umringt von Zombies, hat rohes Kuhfleisch von wilden Kühen gegessen, hat sich von Brokkoli ernährt. Brokkoli. Naja, eigentlich mag Brokkoli. Oh, hier ist es wieder schön warm. Oh, erstmal was trinken. Oh. Oh. So. Okay, ich beende hier die Folge. Tschüss. Tschüss.